Jo, meine Kollegen, was geht? Willkommen zurück zu Spiel mit der Waffe. Ja, und ich gebe jetzt endlich mal wieder in diesem Part ein bisschen Gas. Ähm, denn ich möchte jetzt nicht wieder verkacken. Obwohl ich so dämlich war vorhin. Äh, und ich habe ja in dem vorletzten Part doch gesagt, ich wette jetzt bekomme ich... Oh, what the fuck. Ich wette, jetzt bekomme ich auf die Fresse, wenn ich so... Hallo? Hallo? Kannst du mal aufhören, so behindert umherzulaufen? Vergiss mir auf die Eier. Ja. Ähm, ich werde jetzt wieder mal ein bisschen Gas geben, denn ich möchte jetzt nicht schon wieder verkacken. Genau. Movement, pack dich aus. Leute. Leute, 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 Leute. Wahrscheinlich habe ich es jetzt komplett verlernt, weil ich die ganze Zeit so ein leichtes Spiel gehabt habe. Mit diesen... Knechten. Kann ich mir gut vorstellen. Und wird auch wahrscheinlich so sein. Komm her. Danke. Da kommt schon die... Nächste Spasti. Und wo bleibt der Nächste? Oh, er ist hinter mir. Cool. Auf jeden Fall wollte ich jetzt nochmal in der gleichen Lobby bleiben, denn ich möchte diesen Typen einheizen, der mir letztes Mal den Sieg versaut hat. Genau das möchte ich. Ich habe mich ja auch dämlich angestellt, aber so richtig dämlich. Ja, und ich stelle mich jetzt schon wieder so dämlich an. Ich komme raus hier. Ein Stück tot. Alles klar. Alles klar. Mann, ich bin ja so behindert. Ja, Gott. Und ich bin fast tot tot und ich bin so dämlich. Ja, die Rakete fliegt einen Millimeter bei ihm vorbei. Sodass er sie nicht trifft. Nicht ein bisschen belastend. Und dieser Wichser, der jetzt fast gleichauf ist wie ich, ist hier. Mein Gott, fick dich doch. Ich bin das so scheiße. Ich verliere jetzt sicher nicht. Das sehe ich nicht ein. Nö, das sehe ich nicht ein. Ich habe gesagt, das sehe ich nicht ein. Fickt euch Leute. Alter, wenn ich jetzt wirklich eine Deathstreak von 2 habe, dann... Nö, 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 nö. Nö, auf dieses Scheißspiel lasse ich mich nicht ein. Das war, denke ich, eine scheiße Idee vielleicht. Ich weset nicht. Jetzt lass mich doch dich killen, Mann. Ah, danke. Heilige Scheiße, ey. Fuck, das wäre jetzt nochmal richtig belastend geworden, wenn mich dieser Typ da wirklich geschlagen hätte. Oh mein Gott. Ja, wenn mal wieder ein paar anstrengende Gegner im Gegnerteam sind... Also, Gegnerteam wahrscheinlich. Wenn ich mal wieder ein paar anstrengende Gegner als Gegner habe... Dann muss ich schon ein bisschen aufpassen. Na gut, Leute. Falls euch der Part wieder gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder von Spiel mit der Waffe. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.